Feuer in Astler. Wir wurden heute Morgen zu einem Kaminbrand in die Dillstraße nach Astler-Kleinheitsstädten alarmiert. Es entpuppte sich erst von einem kleinen, normalen Kaminbrand dann her zum größeren Brand und wir mussten nachalarmieren. Beim Eintreffen haben wir gesehen, das normale Kaminbrand hatten wir auch angenommen, aber dann entpuppte sich, dass die komplette Verschalung vom Kamin und die Zwischendecken schon brannten. Deshalb die Nachalarmierung und die größere Personeneinsatz kommen. Es waren insgesamt 50 Einsatzkräfte hier im Einsatz und streckenweise drei Trupps im Innenangriff mit Schwermadenschutz und einen Trupp von außen über die Drehleiter her. Der Kamin ist soweit jetzt abgelöscht und es folgen noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Die Familie wurde bei Verwandten untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Asia langngriff mit dürfen.